Yo Leute, was geht? Gerade ist der letzte Trailer zum letzten DLC von Fallout 4 rausgekommen und ich wollte euch eben kurz Informationen dazu geben. Das Nuka Vault DLC wird am 30. August erscheinen und die Größe des Spiels, also des Add-ons, beträgt 3,7 GB. Das heißt, das letzte DLC wird auf jeden Fall größer als für Harbour sein. In diesem Trailer kann man auf jeden Fall sehr viele interessante Sachen sehen, die ich wirklich cool finde, wie das Zeitvertreiben von verschiedenen Maschinen, die man nutzen kann. Und hier sieht man noch gerade eben den neuen Paintjob und ich werde euch auf jeden Fall alle Informationen in ein Video packen. Das wird morgen oder übermorgen rauskommen und wenn ihr darauf Bock habt, lasst mir doch einen Daumen nach oben da und jetzt viel Spaß mit dem Trailer. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.